Hi, ich grüße dich, herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom Tutorial. Heute soll es mal um das Thema Wasserzeichen gehen. Ja, vielleicht kennst du es ja, du hast in Lightroom Bilder bearbeitet und möchtest die jetzt im Internet präsentieren. Und manchmal fehlt ja dann so ein kleiner Schriftzug oder vielleicht sogar dein Logo oder eine kleine Signatur. Und Lightroom bietet da viele verschiedene Möglichkeiten, ganz automatisch zum einen einfachen Text reinzuschreiben oder auch richtige Grafiken zu verwenden. Und ich möchte dir jetzt beide Möglichkeiten mal zeigen. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Variante des Bildes und dazu öffne ich einfach mal Photoshop. Ich habe jetzt hier in Photoshop einfach mal ein Bild geöffnet mit meiner Unterschrift. Das habe ich gerade mit einem Grafiktablett gemalt. Du kannst aber auch ganz einfach deine Unterschrift auf einem Blatt Papier malen und dann mit deinem Handy abfotografieren und in Photoshop später freistellen. Ich möchte das Ganze jetzt aber noch in weiß machen, denn ich denke, dass eine weiße Schrift in den meisten Fotos besser zu sehen ist als eine schwarze Schrift. Und deswegen wähle ich jetzt hier einfach mal eine weiße Farbe aus und fertig ist die ganze Sache schon. Und jetzt möchte ich das Ganze als PNG-Datei speichern, denn ich brauche ein Foto bzw. ein Bild, was Transparenz unterstützt. Und das tut das PNG-Format. Hier kann ich jetzt noch spezielle Sachen auswählen. Ich wähle jetzt hier auf jeden Fall PNG24 aus, habe dann einen transparenten Hintergrund und drücke hier einfach auf Speichern. und speichere das einfach mal als Unterschrift auf meinem Desktop. In Lightroom gehe ich jetzt mal in das Lightroom-Menü und sage hier Wasserzeichen bearbeiten. Und jetzt sind wir schon in dem Menü, das wir brauchen. Hier können wir einmal Text oder Grafik auswählen. Ich wähle jetzt in dem Fall Grafik aus. Und dann öffnet sich direkt ein Dialog, wo wir hier das Bild auswählen können. Ich habe jetzt hier auf meinem Schreibtisch die Unterschrift gespeichert. Die wähle ich jetzt einfach mal aus. Und jetzt sieht man schon ganz, ganz klein, hier unten links in der Ecke ist diese Unterschrift zu sehen. Ich möchte sie allerdings lieber in der rechten unteren Ecke haben. Deswegen wähle ich jetzt hier unten einfach mal den Anker rechts unten. Und dann wird diese Unterschrift auch dahin verschoben. Dann möchte ich die Größe noch verändern. Ich klicke hier einfach mal proportional an. Die Größe soll sich proportional vergrößern auf ungefähr, ich sage mal 25 Prozent. Sieht hier ganz cool aus. Und das Coole ist jetzt an dieser Geschichte, dass egal wie groß das Bild ist, diese Unterschrift immer proportional größer oder kleiner mitwächst oder zusammenschrumpft. Also egal in welcher Größe jetzt du dein Bild exportierst, die Unterschrift ist dann immer entsprechend gleich groß. Jetzt kann man hier noch mit dem Versatz arbeiten. Mein Bild hat jetzt sowieso schon rechts und links einen relativ großen Abstand. Aber wenn dein Bild direkt mit der Kante abschließt, dann kannst du hier noch mit dem Versatz das Bild oder die Unterschrift noch etwas weiter ins Bild hineinziehen. Und wenn du soweit bist, wenn du soweit zufrieden bist, dann kann man hier einfach auf Speichern klicken. Und dann kannst du dem Wasserzeichen noch einen Namen geben. Ich sage jetzt hier einfach mal Unterschrift. Und dann ist mit diesem Klick dieses Wasserzeichen gespeichert. Wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Bild exportieren, ich tue es jetzt einfach mal hier. Exportieren. Und dann wähle ich direkt den Schreibtisch hier aus, sage ungefähr mal 1500 Pixel Breite soll das Bild haben. Und dann kann ich hier unten das Wasserzeichen auswählen, welches ich gerne hätte. Ich sage jetzt hier Unterschrift, exportiere das Ganze und dann sollte man jetzt auch gleich schon das Bild sehen hier auf meinem Schreibtisch. Und hier ist die Unterschrift mit drin. Es gibt natürlich auch noch die andere Variante, die möchte ich dir auch noch kurz zeigen, über Wasserzeichen einen einfachen Text einzufügen. Das geht hier unten ganz einfach. Hier kannst du deinen Text eintippen, den du gerne hättest. Ich sage jetzt hier einfach mal Stefan Schäfer. Und dann kannst du hier natürlich noch die Schriftart verändern und den Stil, ob fett, kursiv und so weiter. Du kannst auch zentriert oder rechtsbündig das Ganze machen. Du kannst dir die Farbe ändern. Du kannst sogar noch einen Schatten einfügen und so weiter und so fort. Und auch hier kannst du wieder sagen, auf welcher Seite des Bildes du das Ganze haben möchtest. Ich würde hier wieder einen Versatz einstellen und jetzt kann ich das Ganze theoretisch wieder abspeichern. Ich arbeite lieber mit einem Bild als Signatur. Das ist jedem selbst überlassen, wie er es gerne hätte. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses Tutorial. Wenn du noch Fragen dazu hast, poste sie gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder beim neuen Tutorial. Viel Spaß beim Bearbeiten deiner Bilder. Nur das Beste für dich und bis zum nächsten Mal. Ciao. 1. 2. Vielen Dank.